Christian Deutsch wollte ganz offensichtlich von den vielfachen SPÖ-Turbolenzen ablenken. Das ist ihm aber heute in seiner Pressekonferenz nicht besonders gut gelungen. Im Gegenteil ist es eigentlich fast zu einer hemmungslosen Selbstanklage verkommen, was der Herr Deutsch vor allem im Zusammenhang mit der Teuerung gesagt hat. Aber mehr dazu im anbeiverlinkten Video.